Ja, soll ich den dann nachher abholen oder wie? Helge? Ja, dann fahr ich nachher hin und hol den ab. Ja, ich presse erst noch fertig. Ja, mit dem hier. Ja, ja. Jo, Scout. Gut, bis später Helge. Jo, halli, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Auenbach in der, verdammt, jetzt habe ich die Versionsnummer vergessen, in der ganz aktuellen Version, also ich nehme hier quasi zur Zeit, ja, tagaktuell auf. Man braucht aber keinen neuen Spielstand, das ist schon mal von Vorteil, ja. Aber, ja, ich werde es in den Titel packen, die Versionsnummer, dann wissen wir die auch, ne. Habe ich jetzt echt total vergessen, ich glaube die 2.3 oder so, will aber auch nichts Falsches sagen. Wie gesagt, in der Titelbeschreibung steht es drin, welche Version das ist. So, und der Helge hat mir gerade gesagt, ich soll nachher den neuen Drescher abholen. Der alte Drescher ist weg, den haben wir entsorgt, sozusagen, da haben wir auch nicht mehr viel für gekriegt. Ja, ihr kennt ja den alten Drescher, da haben wir echt kaum noch was für gekriegt, der ist auch ins Ausland gegangen. Naja, soll er da noch ein bisschen seine Dienste verrichten. Ja, schade, aber kannst du nichts machen, ne. Das mit dem Schneidwerkswagen und hier und da und außerdem hat ja der Drescher, den gab es ja hier schon auf dem Hof, ne. Und der Helge hat ja danach dann erst im Lotto gewonnen, wo ja auch nicht mehr so viel von übrig ist. Muss ich auch ganz klar dazu sagen, denn der Drescher war unheimlich teuer. Und ja, welcher Drescher das nun geworden ist, das werden wir uns dann gleich angucken. Ihr habt fleißig in die Kommentare geschrieben, habe ich auch alle gelesen. Allerdings habe ich mich dann letztendlich doch für einen ganz anderen Drescher entschieden. Also, Case war dabei, New Holland war dabei, der alte Case war dabei. Da waren ziemlich viele so dabei, Fendt war auch dabei, ich sollte den großen Fendt-Drescher mit mir besorgen. Da waren echt viele dabei, aber letztendlich ist es doch ein ganz anderer geworden. Welcher genau? Wie gesagt, gucken wir uns gleich an. Vorher müssen wir hier noch eben waschen fahren und das ganze Getüdel hier aufräumen sozusagen. Und da kann ich auch schon mal die kleine Neuerung quasi präsentieren, denn der Hof ist deutlich, deutlich, also wirklich deutlich performanter geworden. Das ist natürlich echt genial und ja, freut mich wirklich. Wahrscheinlich, ich gehe davon aus, ich weiß nicht genau, was sie gemacht haben, aber ich gehe mal davon aus, dass sie wahrscheinlich, ja, Texturen nicht ganz so hochauflösend jetzt gemacht haben. Wie auch immer, auf jeden Fall ist es jetzt wirklich deutlich performanter auf dem Hof. Also, wenn ihr vorher Probleme hattet oder was mit der Auenbach auf dem Hof, wenn ihr zum Hof geguckt habt und so Frame-Einbrüche hattet oder wie auch immer, ne, ist jetzt wirklich weg. Kann ich nur bestätigen, ist wirklich weg jetzt. Total genial. So, mach dich mal schön sauber hier. Auch geil, ne, wie der, wie der Wassernebel, der Wasserdampf hier, der, ja, der Sprühnebel, genau, das Wort war's, äh, beleuchtet ist. Auch sehr cool. So, bist du nun gleich sauber? Ja, ne? Aber du wirst ja eh gleich wieder schmuddelig. So, der Kerl hier wieder reingehängt. So, dann können wir schon mal den Grober aufräumen. So, rückwärts. Oh, ach du großer Gott. Äh, wo ist Helge? Ich glaube, Helge ist nicht da, wa? Boah, da hab ich auch Glück gehabt. Das hätte wieder ein Mega gegeben hier. Guck, da hinten ist er. Hihi. Hat er nicht gesehen, hat er nicht gesehen. Ne, 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 ne. So, dann machen wir die auch gleich noch sauber hier. Dann ist das auch wieder erledigt. So. Ja, bisschen Stroh ist noch drin. Aber das macht nix. Das trocknet wieder, bis wir die wieder brauchen. Was, was tanzt er denn da hinten rum? Hä? Gut, die ist sauber. Dann schnell aufräumen. Nein, ich bin selbst auch ein bisschen aufgeregt. Hei, hei, hei. Der neue Drescher kommt. So, einmal umdrehen. Dann stellen wir die da rückwärts wieder rein. Und dann machen wir uns auf zum Händler. So. Gut. Ähm. Das ist die Frage. Ja, wir können eigentlich mit ihm hier fahren. Ja. Wir fahren mit Johnny. Kleinen Ausflug. Guck, da läuft die Anna. Tschüss, Anna. Das, wie siehst du, hat sogar geantwortet. Gut, düsen wir mal los hier. Ach, wir fahren außen rum. Nicht, dass der schöne Schlepper wieder dreckig wird. So, und mit dem werden wir dann auch gleich noch die Ballen stapeln hier. Hm. Oder wir nehmen den... Ah, nee, nicht Autoload, oder? Nee, das ist nix. Ach so, wir können mal die Differenziale wieder rausnehmen. So, Radio natürlich wieder aus. Und das Allrad können wir auch rausnehmen. So. Nee, aber die Karte läuft wirklich super jetzt, ne? Also das neue Update hat sich echt gelohnt. Und was halt auch positiv ist, äh, man brauchte keinen neuen Spielstand. Ja. Echt genial. So, da vorne müssen wir gleich wieder ein bisschen langsamer machen. Weil der Blitzer ist scharf. Der ist aktiv. So, und wieder Gas. So, und da ist er auch schon. Dum, 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 dum. Ähm, so, wir parken mal eben hier. Ja. Da komm ich leider nicht rauf, aber... Hm, sieht doch auch gut aus. Ach so, das Brems-Licht ist mal an. So, jetzt ist es aus, ne? Ja. So. Da ist das gute Stück. Glänzt wie Bolle. Ist ja auch nagelneu. Das Kennzeichen ist übrigens kein Wunsch-Kennzeichen. Das, ähm, ja, finde ich jetzt auch nicht so schön, aber naja, gut. Irgendwas ist ja immer. So, dreckige Reifen hat er schon. Wunderbar. Und, äh, natürlich vom Kaya, der Schneidwerkswagen, mit einem, jetzt muss ich selber nochmal gucken, 750 Schneidwerk. Und, äh, ja, es ist der Klaas-Lexion 780. So, steigen wir mal ein. Innen, ähm, ist es jetzt kein Highlight, ne? Muss ich dazu sagen, aber er hat Spiegel, er hat eine Klimaanlage, er hat ein Radio, äh, er hat alles, was man braucht. Auch ein Joystick und so weiter. Ähm, nur die, dieses Cebis hat sich aufgehängt, ne? Äh, da steht Cebis Loading, aber irgendwie, äh, ich weiß auch nicht, du. So, wir starten. Na, der läuft, du. So, Licht hat er selbstverständlich auch. Rundumleuchte. Logischerweise auch. Und dann, würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze mal im Einsatz an. Tja, schönes Gespann. So, Licht können wir aber erstmal wieder ausmachen eigentlich. Und dann fahren wir mal zurück zum Hof. Hier, ne? Das Cebis hat sich leider aufgehängt beim Laden. Aber, gut. Kann ich jetzt mit leben. Ich denke, das wird nicht die letzte Version und auch nicht der letzte Glasdresher sein. Und von daher, lassen wir uns einfach mal überraschen. So, und jetzt wisst ihr wahrscheinlich auch, warum von dem Lotto-Gewinn, äh, nicht mehr allzu viel übrig ist. Das ist der Grund. Ach, warte mal, jetzt fahre ich eigentlich... Ach, das macht nichts. Wir fahren hier lang. Besser wäre gewesen von der anderen Seite, denn, äh... Sonst müssen wir umdrehen. Aber gut, das kriegen wir auch hin. So. Hier müssen wir mal ein bisschen ausweichen. Nicht, dass wir mit dem neuen Drescher hier alles kaputt fahren. Beziehungsweise uns den neuen Drescher kaputt fahren. Um Gottes Willen. Dann krieg ich Haube vom Helge. Das, das schwöre ich dir. So, bevor wir Helge das Geschoss zeigen, werden wir direkt loslegen. Und dann bin ich echt gespannt, äh, wie der sich so macht, ne? So, dann werden wir hier links gleich anfangen. Dann müssen wir nur, wie gesagt, einmal drehen. So. Schneidwerkswagen ist ein bisschen Lütt geworden, wa? Ja, macht ja nichts. Äh, jetzt ist die Frage... Ne, warte mal, am besten wäre... Ja. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. So, das ist ja unser Acker hier. Das heißt, den dürfen wir dann auch ruhig mal nutzen zum Drehen. So. Genau, so wollte ich ihn haben. So, dann dreschen wir das... Äh, dreschen wir. Klappen wir das Ganze schon mal auf. So wollte ich eigentlich tun, sagen tun. Oh, schön, klappt sie auf die Leiter. Wunderbar. So. Oh, die Differenziale sind an. Wieso das denn? Gut. Hm, oder auch nicht. Na, das üben wir noch mal. Halt. Sag mal. Na also. So, jetzt bloß kein Baum absägen hier. Gut. Würde ich sagen. Start the engine. Rundum leuchte kann aus. Und wenn wir mal eben die Haspel schon mal ein bisschen hoch machen. Warte mal so und... Ah ja, genau so war das. Genau. Gut. Und runter mit Du. So, wir haben natürlich GPS. Das war ja die teure Version hier. So, aktivieren und los geht's. 7,3 sagt er mir. Was hat der? 7,5. Okay. Ähm, ja. Dann passt das ja ganz gut. Mit dem GPS, mit der GPS Einstellung. Ja, sehr schön. Na gut. Der Fahrer... Ja, das passt nicht ganz. Aber ganz ehrlich, ne? Das finde ich schon klasse. Endlich, äh, Klaas. Endlich Klaas hier im LS17. Sehr schön. Jetzt müssen nur noch die Axions kommen. Und dann sind wir auch schon glücklich. Aber... Alles mit der Ruhe, ne? Gutes braucht halt so seine Zeit. Das war schon immer so. Und das wird auch immer so sein. Geht auch schön die Drehzahl runter, ne? Also man merkt dann auch, dass er wirklich auch zu tun hat. Wir können auch nochmal von innen gucken. Ja, wie gesagt, leider nicht animiert hier drin. Also weder das, äh... Die Bordcomputer hier... Noch, ähm... Ja, die Anzeige für den Füllstand. Aber ansonsten... Nicht schlecht. Ansonsten nicht schlecht. Auf jeden Fall hat er da sogar die IC-Buttons drin. Wahrscheinlich entweder ist das vom Konvertieren... Konvertieren. Oder das ist schon, äh... Die Vorbereitung... Auf das, was uns dann... In der nächsten Version eventuell... Erwarten könnte. Ich bin gespannt. Ehrlich. Ich bin echt gespannt. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir einen guten Fang gemacht hier. Mit einem... 87er Lexion. Da geht was, ne? Ja, und wie gesagt, das ist ja so ein bisschen das Ziel, was wir uns hier gesteckt haben, ne? Dass wir mit so alten Kisten dann anfangen. Und, ähm, ja, das erste neuere Gefährt ist halt der Drescher geworden. Und so langsam werden wir dann auch die Traktoren, wenn's soweit ist, dann mal austauschen, ne? Aber vorher müssen wir natürlich noch einiges hier verkaufen. Wir können... Ähm... Ja, genau, das machen wir, wenn wir da unten sind. Äh, dann können wir auch noch mal eben den Kredit zurückzahlen. Das bisschen, was wir jetzt hier noch... Quasi im Geldbeutel haben. Können wir auch erstmal wieder zur Bank schleppen. Oh, warte mal. Kann man das Schneidwerk noch ausklappen? Ich sehe gerade, weil die Leser... ...noch unten sind. Schneidwerk heben. Ne. Okay, schade. Na, das ist ein bisschen schade. Aber gut. Wie gesagt, das ist die erste Version oder sogar Punkt 0.9 oder 1.0. Ich weiß gar nicht genau so. Aber, ähm, dafür, für den ersten Drescher hier wirklich super, ne? Oh, äh... Oh, äh... Und, ähm, gerne darfst du natürlich auch ein Abo dalassen. Da würde ich mich auch genauso mega drüber freuen. Und, ähm, ja, wenn du deinem, äh, Freund, deiner Freundin, deiner, deinem Onkel, deiner Tante, wie auch immer, äh, dieses Video zeigen möchtest, darfst du es selbstverständlich auch gerne, gerne teilen. Und, ähm, ja, dann, wie gesagt, bedanke ich mich bei dir fürs Zusehen. Hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. und dann sage ich bis dahin. Macht's gut. Tschüß.